was gehabt zu einem neuen minecraft video ich habe nur mal keins gemacht jetzt ist das neber update dreht mal die kamera so irgendwie bei euch wird sicher schlampig aussehen weil ich auf dem handy film hier seht ihr jetzt das ist das neue gegenstand seht ihr euch an ich reite und laufe jetzt mit diesem neuen update sehe ich die können auch übereinander dahinten gestapelt werden nun mal das ist einfach jesus er kann über laba laufen doch kann ich das schlagen das ist voll komisch und ich wurde es gibt auf eine tasche in der op-taste die kamen die fähigkeiten machen wenn du jetzt hier doch könnt ihr das sehen was auch neu ist ihr macht so geht darüber macht ihr das jeweils denkt jetzt hey wie machst du das macht ihr so nicht könnt ihr euch alles aussuchen aber das müsst ihr dennoch freischalten als immer es gibt die sonnenbrille aber ich habe noch keine davon weil man dafür glaube ich münzen braucht wieder oben stand schon die münzen und der zittert schon von mir folgt ihr mir da folgt mir blöder läuft immer noch weg statt zum folger und schweine sind nur so dumm freunde jetzt haben wir das neue update ihr seht schon die neuen pigments und das neue rote bio das gehen wir jetzt ein bisschen mit kumpel 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 kann springen probieren probieren rote zucker bieb ach so der vor der folgt mir weil die roten das ist ersetzt war gehen wir mal das rote teil erkunden freunde ein bisschen das rote biome ich kenne diese blöcke haben das sind neue blöcke er gesagt ich bin kreativ kann alle blöcke und diese blöcke sind auch neu die hat eigentlich das hat eigentlich in einem trailer hat es nicht bekommen es gibt auch diese blöcke ich zeige alles ich euch heute hier sind diese neuen blöcke ich habe sie erst auch gefunden und ich denke so es gibt voll coole neue blöcke und ich gehe jetzt darüber sind die noch coolere blöcke dann ist man kann das wechseln und dann kann man das warte ich lösche mal diese zusammen da ich kann eigentlich heute nicht alles zeigen ähm machen wir das rote mein weg ihr seht es ja und da muss ich dir sagen dass dieser blöcke dann machen wir dieses holz dieses holz das ist glaube ich ein holz das ist die lampe die neu damit kann man echt schön lampen das hier das hier und das hier und das hier und das hier und dann lösche ich mal das alles dann mache ich nämlich das neue boden dann nehme ich das hier das hier das hier das hier und sonst die ja das ist die neue dings die neue leine es gibt irgendwie so neue leine leine hier hier seht ihr sie da wenn ich diese nehmen und ich nehme jetzt bei vielen diesen blöcken diese lampe kann ich euch was zeigen kann man hier ein bodenlöckchen ja look wenn man so macht kann man eine lampe erstellen guck mal wie schön jetzt gibt es doch diese blöcke diese hier und irgendwie so schrumpel die gibt es so hinter euch die zocken den euch noch mit das ist op das ist op was ich nehme ein feuerzeug und ich denke jetzt hey was wird in der postierung die vorher rufen schau einfach einfach nur selbst es wird blau freunde es wird einfach nur blau und wenn ich diese blöcke jetzt hier wird es auch ich weiß nicht was ich will jetzt das ganze mal toll und hier ist da unten und hier gibt es die zwei neue erde ihr seht ich wurde gerade vom server gebannt ok wir sehen uns das nächste mal so